Ich glaube, der Gedanke, dass diese Eigenverantwortung der Führungskraft schon auch ein bisschen eingefordert werden kann, also auch wenn diese Erwartungen unklar sind, sich entsprechend zu verbalisieren und zu sagen, okay, wie soll ich diese Rolle ausgestalten, also da auch entsprechend nachzufragen und vielleicht dieses Vakuum, was es da gibt, auch so weit aufzufüllen, wie das sozusagen gewünscht ist. Und ich glaube, es liegt auch in dieser Eigenverantwortung herauszufinden, wie viel, und da spreche ich jetzt wieder, so wie Jocko das oft vorschlägt, also wie viel Veränderung braucht es hier in welchem Zeitraum? Und er hat das, also ich glaube, er nennt es nicht wie eine Ampel, aber er hat das so im Sinn von, okay, wenn das sozusagen grün ist und du in deinen Vorgesprächen und dann in deinem, sagen wir mal, in der ersten, zweiten Woche, Wenn du dort siehst, dieses Team, das du da übernimmst, das tut, das arbeitet, das macht nichts, wo du dir irgendwie gleich mal Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder was auch immer bekommst, sondern das läuft. Das heißt dann für dich, okay, super, mit dem kann man arbeiten, da kann man einfach mal tun, da kann man das Team kennenlernen, da kann man irgendwie Verknüpfungen mit anderen Abteilungen, mit anderen Teams aufbauen etc. Und dann kann man dem Ding langsam so seinen Spin irgendwie aufdrücken, kann vielleicht mal das eine oder andere vorschlagen, kann vielleicht mal eine Initiative starten in eine Richtung, wo man der Meinung ist. Da könnte man noch was ein bisschen anders machen oder ein bisschen besser machen. Und dann sozusagen die Ampel immer mehr eskalierend. Okay, wenn du feststellst, ja, prinzipiell ein Team, was relativ gut arbeitet, aber es gibt ein paar Sachen, wo du irgendwie Risiken siehst oder Sorgen hast, dann wirst du vielleicht eben die eine oder andere Initiative schneller starten aus dem heraus. Und dann natürlich die Stufe Rot sozusagen, okay, komplett, weiß ich nicht, planloses Team, läuft herum, ist ineffektiv, tut gar nichts oder schlimmer Gefahr im Verzug, weil, weiß man halt nicht. Dann ist klar, okay, da musst du halt initiativ deine Steps setzen, du musst sagen, okay, wir machen das jetzt das so und einfach mal über Dinge halt auch drüber fahren. Ja, ihr habt das bis jetzt so und so gemacht, mit meiner Erfahrung zu sagen, ich bin jetzt da, um mit meiner Erfahrung zu sagen, ab jetzt machen wir das so und so und so, weil das hat bei mir in der Vergangenheit mehrfach zu Erfolg geführt. Und sozusagen, das kann man ja auch offen kommunizieren, ich würde sozusagen einmal ein bisschen Vertrauensvorschuss bitten. Die Erfahrung und die Vergangenheit haben gezeigt, diese Schritte führen zum Ziel, probieren wir auch hier aus. Und man kann ja trotzdem das Team involvieren in diese Schritte, aber es ist einfach erforderlich, dass du im ersten Monat, schon im zweiten Monat massive Schritte zur Veränderung setzt, um dann in einem halben Jahr auf eine Zeit zurückzublicken, die ein bisschen oder viel hoffentlich dann Verbesserung gebracht hat.